Big for this detective. Ja, die liegt hier unten. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Hallo. Was geht ab, Leute? Wir zocken wie bei TTT. Mit der üblichen Bande. Mit Dalu. Ja, ja, die übliche Bande. Mit Goro. Mit Grants. Ich finde nicht in Ordnung, dass du Pixelspaß hier außen vor lebst. Mit Kunran. Moin, moin. Mit Nephi. Ich brauche eine neue Hose. Und Nils. Wir sind keine Bande, wir sind eine Gang. Mit Liquid. Quark, quark. Die einzige Gang ist G&G. Die Russell Batte. Und Special Guest, jetzt sage ich, Pixelspaß. Ich hab mir zuerst, du bist kein Special Guest. Und schon die Börse. Echt? Special Guest ist immer noch Early Boy in meiner Beschreibung. Bin ich eigentlich mal verlinkert in deiner Beschreibung? Nicht mehr Pizzi. Wer Trackmania 2001 Videos sehen will, der kann ja mal bei Nils vorbeischauen. Genau. Oder Simpsons Sitten. Ey, Silent Sniper, ich wollt ja sagen, Grants ist es, aber ... Grants ist es. Für Simpsons Sitten Run ist Nils euer Mann. Da bin ich tatsächlich der Einzige. Das hast du jetzt gesagt. Aber darf ich mir das noch mal als Intro rausschneiden? Falls er es noch mal macht. Wartet nur ab 2016. Ich komme. Wenn das Rebake kommt für Next Gen. Nils hat schon zehn erste Parts aufgenommen. Ich komme jetzt immer nach und nach. Nils die 100.000 in der Woche. Erkennt alles. Dann macht er so ein richtiges Blind, ey. Dann bindet er sich so einen Schal um die Augen. Ey, das probiert, ey. Das und das mache ich ja. Ich packe aus. Ey, da ist ne Leiche. Da haut der Timmelchen in der Uni für kaputt. Zurecht. Der ist halt in. Ne, der ist in Japan. Der ist doch in Japan Fisk, hier hing Apune in der Wand, wir wurden von dahinten beworfen Das muss Dado sein Alter bescheuert Wenn ich eine Apune gehabt hätte, hätte ich eine Ankündigung gemacht oder irgendwas lustiges gesagt Hätte ich gesagt, ich jagd Alter, das ist ja Ey Grunin, setzt dein Werk von gestern schwer So, siehst du wie das läuft Was läuft bei dir? Jetzt hau ab, ihr wisst mich da Hälfte der Early Boy? Ach ne, Goro Boy Jurassic Shark Ey! Ey! Wer war das? Das war Liquid Ey, warte, wir steuern sie, wir steuern auf Mit meiner Shotgun Ich glaub, Liquid war das Das war fies Sicher? Nein, ich hab auf ihn geschossen Ja, war fies Ja, ey Liquid gibt's zu wenigstens Was? Nils hat Dado grad gekillt Schade, dann kann er es nicht gewesen sein Mist Nils hat Dado Nils hat grad Dado gekillt Ja, dann ist es Nils Ja, nein, das ist Liquid Ich hab einen Traitor getötet Ich auch Warte, warte, warte Problem Dado lebt noch, oder? Der ist noch, also der ist nicht mad, der darf Nils und Liquid können sich doch kontrollieren Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Der Fisk Der Fisk, ähm, Traitor war Ey, der Fisk ist jetzt oben, Leute Ja, haben wir's Ja, war ja klar Wo ist er? Problem Alles geklärt Sj, 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 sj Sj Was? Entscheidlich Alter, der lädt ja 10 Minuten nahe Hab ich doch gesagt, Liquid ist es nur Ich hatte den richtigen Richter Warum wurde ich jetzt eigentlich einfach angeschossen? Was für ein Ending Du standest neben Detective Kundran Und einer von euch beiden hat mit 50 HP abgezogen Und ich geh ja davon aus, dass der Detective das nicht macht, ja? Dann hab ich's auf dich geschossen Wer hat ja Pune geworfen? Alter, ich Ja, das hab ich doch gesehen Ja, genau das hast du gesehen Und Fisk, Fisk hatte da oben das Leben, dann hab ich ihm nochmal den Rest gegeben Oh, jetzt wollte er mit aber gerieben Der Rest gerieben Kundran schießt rum, ey, und ich krieg aufs Wallen Try out of Canton Der Nächste, der hier hochkommt, wird runtergeschubst Ah, shit Goro Rhymes Goro Rhymes Goro Rhymes Die Sache, wir müssen ein Album ausbauen Ich kenn nur Boster Rhymes, Leute Goro Rhymes Oh, ist Kundran Was ist, wenn man in das Schwarmchen hier rein geht, ist man da tot? Da stirbst du, man An den Gleisen Das ist eine inoffizielle, offizielle Angegnung Ich stream jetzt montags und sonntags Ey, Dado hat mich hier beim Shoppen beobachtet Ja und, ey, ich bin aufs Thema grad am Einkauf Willst du dich der Konkurrenz, bei denen wir's stellen? Quatsch? Da kriegst du aber kein Versuch Lecker Das ist ein Sendeplan Liquid, bist du Städte? Sender Ja Wie bist du da hochgekommen? Hä, Liquid hat bei mir gar kein Skin Kein Skill? Das ist ein Doppelkind, oder? Keine Doppelkind Alter, was ist denn mit deiner Silence-Snapper? Wer? Wer, 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 wer? What's da? Ey, Liquid! Oben aufm Dach Liquid ist Detective What's da? Ja, die liegt hier unten Weg, 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 weg Ich bin's nicht Wer war's jetzt? Goro Dado, Mann Ich dachte... Doch, Goro Das steht doch nicht im Chat, ey Ich bin's nicht Chat, ey Ja, ist trotzdem Ja, toll Ein Inno ist down Oh Ich bin safe damit Flogener Poom Fisk ist auch schon fast so Ja, Dado hat mich ja runtergeschubst Um Dampf Shit Die Velrod Ah Boah Zwei HP, ey Fisk gelackert Er schießt mich gelackert Habt ihr das überlebt? Den Fall? Ja, er hat's erst mal überlegt Ich hab's überlegt, ja Und hat sich umgedreht Und Goro einen Headshot instant gekümmt Ey, ich dachte, du bist gestorben beim Rundabfall Du warst schon rote HP und dachte, das reicht locker Ja, ich hab nur 14 Und dann hat er die Hex wieder ausgepackt Die Hex? Und dann hat er die Silence-AVP überlegt Ich hab ihm meinen Headshot weggegeben Hex? Hex? Ich hab gedacht, warte mal, kam das von dir? Hex? 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 Weck? Wirk, 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 Wirk! Oh Gott! Ist das Kundran auch? Älig? Oh. Warte lass mich kurz pixel identifizieren ob ich einen Fehler gemacht habe. Boah, Alter, war schon eine schlechte Waffe! Aber der Detective wurde ge... Okay, es ist wirklich Kunran! Nein, es ist Nephi auch! Oh, der ist weg! Oh, der geht hoch! Grants? Grants! Nein! Du kennst doch Nephi, beeil dich! Oh nein! Du kennst doch Goro! Du kennst doch Goro, der ist gesaved! Grants! Gib mir ein Zeichen! Ein schlechtes Zeichen! Ich glaube Kunran hat den gleichen Fehlkauf gemacht wie ich. Oh, da ist er! Ja! Warte wechseln! Was ist das eigentlich? Funktioniert nicht Kunran! Nein! Oh nein! Oh nein! Hast du auch die Silenced Rifle gekauft? Ja! Die funktioniert nicht mehr! Ist ja auch verboten! Silenced Rifle ist verboten! Achso, Silenced Sniper dachte ich meint ihr! Ich wollte mich wiederbeleben, Grants! Goro, dein letztes Verlebende! Sorry Pixel, das sah so aus! Oh! Oh! Das war eine Runde Italie! Alle Runde Italie! Dannly Italie! Da warten die Fans schon drauf! Das passieren einfach so, ey! Wann kommt die Italie?! Das ist immer so eine Hass-Map die kommt! Hier Pixel, das sah so aus, als ob du mit Nephi zusammen den Dator abgeknallt hast! Er stand einfach neben mir und hat nix gemacht. Ja genau, deswegen hab ich einfach dann auf euch beide geschossen. Und Pixel hat Zepic. Ich hab auch auf jemanden geschossen. Er hat nach oben geguckt. Jetzt spielen wir Italy. Italy ist so der schwarze Peter in TTT. Was soll das denn heißen? Das ist racist. Der schwarze Peter in Italy. Der schwarze Peter ist doch schon racist. Außerdem ist der Schornstein fehlend. Oh, wer connected denn da? Passwort. Igoro. Igoro ist connected. Igoro. Goro wollte nur sein Nick ändern. Igoro ist holl. Hey, hey, hey. Passwort ist jetzt Igoro. Demnächst mein Nickelodeon. Danke für die gute Kommune. Kommune, ey, ey, ey. Juli, zeig mir erst mal deinen Fahrrad. Heute ist mir auf Twitter auch einer mit Dalu-Avatar gefunden. Hab ich... Was? Ich? Wieder Fake Reno? Direkt... Nee, aber er hat deinen Namen nicht. Ich schieß jetzt rein. Anzeige ist raus. Shit. Ich hab da schlechte Erfahrungen. Juli, dein Fahrrad! Hier wurde ich mal vom Kreis verbrannt. Zeig mir erst mal deinen Fahrrad. Oh oh, ich werd verfolgt. Zeig dir mal ein richtiges Fahrrad. Ich hab keinen Fahrradführerschein. Lauf, Goro. Der Typ will uns proppen. Er will proppen. Meister proppen. Juli, hilf mir. Ich steh auf seiner Liste, Juli. Ich kann nix tun, solange nix passiert ist. Du bist ein typischer Bulle, ey. Ich kann nix tun. Ich geh jetzt Kaffee trinken. Und Donuts essen. Hier, Schuh. Goro dann. Kannst du mal bitte... Ey, kann der Ei Goro mal aufhören zu connecten? Es lag, ey. Es lag. Hey, hier Dings hab geschossen. Was? Dings hab geschossen. Au. Sollen wir ihn töten? Äh, da ist grad jemand umgefallen. Ist das denn ne Gemeinschaftsentscheidung? Ja, oder? Ich bin Dank, dass du ihn geschossen hast. Nephi! Ich hab das gesehen, Nephi! Wer hat den weggemacht? Wer hat den weggemacht? Wer hat den weggemacht? Ich hab Nephi gekillt. Ich bin safe, Juli. Oh, ist es. Eben habt ihr noch gesagt, ich bin's. Da, Kundra! Ey, was? Ey, ich häng fest. Hast du was? Ja, weil Kundra alle Granate nach dir geworfen hat. Hast du was? Hast du was? Hast du was, bist du was? Juli. Ich hab kein DNA gefunden. Hast du nix, bist du nix. War es Selbstmacht? Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Guru ist es. Wohin geht's. Au! Wohin geht's? Wohin geht's? Wohin ist es auch noch hier. Ole, ole. Entschuldigung, ich bin schon tot. Hast du auf dich geschossen? Nein, auf die Wand. Da. Warum sollte man mit einem Fahrrad rumwirbeln? Warum nicht? Weil das frag ich mich auch. Guck mal, weil der hier noch wackelt. Ja, warum nicht? Sag ich mir erst mal dein Fahrrad. Guck mal, wie er wackelt. Der ist doch echt... Was ist eigentlich aus dem geworden? Es ist ein Wackeldackel. Hm? Wir werden es kauft gerade, oder? Hey, hey, hey. Guru hat mich weggefunden. Hilf mir! Ja, ich... Oh, boi. Oh, boi. Drei Mal schießt er daneben. Drei Mal. Ich glaub, man viert mal gegen ihn. Ich stand doch still. Ich steh daneben. Ja, hast du gut gemacht. Hat's ja funktioniert. Ja, da hat's funktioniert vorher. Drei Mal nichts. Ich hab immer drauf gemacht. So, ja, einer ist aber nicht mehr safe. Macht euch. Pixel, Nils und Fisk, ihr könnt euch duellieren. Ja, das ist nur einer zu viel. Ich glaube, Fisk ist es. Jetzt geht's sich aus. Ja, der versteckt sich so. Der ist gerade weggerannt. Jetzt geht's sich aus. Wen hast du gemacht? Fisk, komm her, bleib stehen. Ich mach dich... Mach dich kalt. Der haut ab. Der hat Schiss. Was? Juli ist tot. Ich würd sagen, es ist Nils. Der war nämlich eben hier. Okay. Also Nils war in der Gegend hier eben. Ja, dann... Er könnte sich dementsprechend auch die Punkte noch... Wobei, Goro dürfte keine Punkte... Ach ne, Nils ist auch tot. Okay. Ja, dann Pixel oder Fisk, ihr könnt euch duellieren. Aua. Wut beschossen. Wo ist er denn? Ja, wenn du es nicht warst, ist der ganz außen... Welche Seite ist das? Wenn du vom T-Spawn aus... Ne, das ist der CT-Spawn. CT-Spawn links. Okay, also vom T-Spawn dann rechts, ne? Ja. Okay. Da wurde ich eben beschossen. Was? Da oben, oder was? What? Boah, er ist voll weggefetzt. Er liegt jetzt von dem Holz aus. Hau auf mir. Hab ich dir gegeben? Gibt nix. Gibt nix besseres als Italiener. Da ist sogar Blut an der Wand von dir. Was? Nur bei dir. Bei mir nix. Ekel, ha? Ekel, ich. Ekel, ich darf ja nicht. Ihr könnt euch duellieren, da war ich schon lange tot. Das weiß er ja nicht. Inno hätte er eskalieren können. Inno oder immer? Inno kann immer eskalieren. Immer? Wer gleich Inno ist, darf sofort auspassen. Ja, wer Inno ist, darf eskalieren. Alles klar. Alles klar. Umschießen. Macht Liquid eigentlich mit? Ja. Ey, man ne Pause gerade, da muss man wieder reinkommen. Willst du ne Plasma haben, Fizz? Willst du ne Plasma, Fizz? Willst du ne Plasma, Fizz? Ja, aber ein schnelles Spiel hier. Liquid will ne Plasma haben. Liquid Plasma hinter dir. Liquid Plasma hinter dir. Ey, Fizz verfolgt mich. Also Liquid Plasma ist ja schonmal falsch. Liquid Plasma, ey. Das klingt ja ein ganz besonderer Name. Oh, Juli wird angeschossen. Juli hat's nicht verstanden. Da kommt ne Plasma von Kuroboi. Wieso sagst du, wenn du angeschossen bist? Ne, mach ein schönes Feuerchen. Ich bin bei beiden die Zähne gewesen. Ich weiß nicht. Oh, Brandt. Aua, 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 Aua. Juli ist nicht mal in der Nähe. Der war da, oh Gott! Wer war das? Wo war das? Wer war das? Ed Brent. Schnell. 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 Pixel ist auf einem... Alter, neben mir! Geh weiter um die Ecke! Geh um die Ecke! Wenn Grants nicht hinterherläuft, ist das auch, weil er hat den Trailer... Hier ist dann und... No, Nephi ist es, aber ich glaube, Grants auch. Ja, Nephi schießt nur auf mich, obwohl Grants näher dran war. Es ist Grants... Nein, es sind Nephi und Grants. Und der andere ist Grants. Und Liquid auch! Grants und Liquid noch! Los, Leute! Oh nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Nefi wirft ein Harpoon und ich wusste alle drei Trailer! Und keiner macht's. Aber wer hat mich vergiftet? Wer hat mich mit den Scheiß-Datwurfen? Ich nicht. Ich hab kein Ding ins Grapp. Wirklich, ey. Ich hab dich erwischt, weil jetzt zu zweit... Goro ist vor dir rumgesprungen und dann hast du ein Grad gekillt und dann ist der sozusagen die Leiche durch... Und das ist der ... Rans, als wir an der Leiche rumgingst, obwohl du eindeutig gesehen hast, dass du Nefi wegfand bist. Einmal mit der Poison geschossen. Ich hab nix gesehen. Ne, Dalo war mein Target, deswegen hab ich auch Dalo geschossen. Ich wollte die Probleme aus dem Weg gehen, ey. Ich hab keine Hanks! Der einzige Hanks, der dir nutzt, ist die Unfähigkeit der anderen, ey. Ja eben. Der kommt um die Ecke gerannt und gibt mir Instagram. Nils sagt immer noch, ich bin's. Ja, dafür ist halt wirklich, wenn du so mit Namen rumgeworden wirst. Der alle Namen nennt, die er grade spaltet und so. Friends suspect a void kill missing. Ah ja, okay. Friends missing? Friends. Oh, sorry, war ich ernst. Grants hat auf mich geschossen. Ja, aus Versehen grad. Und der Detektor stand neben mir. Ich glaub ich, er hat mich auf der Liste. Komm, die Teilen... Boah! Eine schöne Flasche. Ich hab die mit dir geteilt. Und Nils hat sie mit dir geteilt. Und Nils hat sie mit mir ein Dings geteilt. Aber dann wäre Gans jetzt tot. Ein Schuss. Ein Schuss. Ein Tor. Wurken mich alle. Ich bin sehr bescheuert. Bostelona. Bostelona hat red geschossen. Es ist Goro, Leute. Es ist Goro. Es ist Goro, Leute. Töte ihn. Er kommt dir entgegen. Natürlich. Lauf Fisk, lauf. Da will ich nicht dank dir fixe Spaß. Mach ich mir ne Fennig. Nein! Du hast so gut geshoppt. Da sind Turtles fisk. Er hat mir den Goro getanzt vor. Ah nein! Turtles! Oh nein, da kommt auch einer. Geh weg, Juli. Juli, die Turtles! Wo sind keine Turtles? Und Gaming ist es? Nein, ich habe auch Turtles hier. Ja, natürlich. Ich glaube, es ist Fisk, ehrlich gesagt. Weil Fisk hat eben, glaube ich, auf Nils geschossen. Als Nils mit den Turtles geschossen. Juli ist safe übrigens. Ich habe auf die Turtles geschossen, Kollege. Warte mal, Juli und du, ihr seid safe. Ja, das sind noch zu viele. Kundra! Ich bin auch safe. Schießt nicht, keine Angst. Wenn das knapp war. Wieso bist du auch safe, Nils? Also ich bin nicht safe im Sinne von belegt safe. Aber ich bin es halt nicht. Ja, ich bin es auch nicht. Ja, natürlich bist du das nicht. Ja, klar denkst du das. Und sind denn alle Party People? Monster ist es. Monster ist bei mir. Ich glaube, Liquid hätte mich getötet, wenn er Traitor wäre. Lebt sie noch? Ja, weil Nils stand da unten vor mir. Weil Botstar hat auf dem Marktplatz versucht, mit der Snipe auf mich zu schießen. Danach schnell zur Pumpe gewechselt, weil er gefailt hat. Pixel, hast du noch Credits? Ähm, Moment. Ja, der ist schade, dass es einen Kill gibt. Vertraue ihm nicht mal. Ich habe Goro gekillt. Er hat tatsächlich Goro angesagt. Womit rein? Oh, der Finger juckt. Ja eben. It's on! Hau ab! Boah, gleich schießen wir mal. Dalu, wie sicher bist du dir mit Juli? Äh, relativ. Was? Ich chill hier. Ich glaube, Juli hat eben Punkte bei Goro rausgeholt. Nein. Ich habe geguckt, wer alles tot ist. Ich bin hinter dir. Hier bin ich. Ja. Klar, was soll ich da sonst machen? Dalu, wen hast du gerade gekillt? Nils? Friendship Beam, weg da, Juli! Tot! Ja, ich habe Juli, ich habe Juli. Fisch, schieß doch, Fischi. Fisch, Fisch, Fisch. Warum ich dich nicht treffe? Hä? Wieso hat Ai Goro das Passwort geknackt? Wie lautet das? Ai Goro? Oh! Oh! Scheiße, wir müssen das System umstellen. Aber lass ihn, lass ihn connecten, bitte, jetzt. Weil, ähm, das hat er sich verdient. Nee, muss noch ewig runterladen. Dauert doch eh drei Stunden. Ja egal, der sitzt jetzt wahrscheinlich am PC und fühlt sich total gut. Ich hab das Passwort, wir sind auf Ai Goro, der connectet jetzt. Ich lass ihn jetzt connecten. Ja, aber dein Rock ist doch. Macht er eh schon, der connectet ja immer. Wie oft hat er wohl das Passwort eingegischt? Ähm, wieso hat denn das Matpack nicht funktioniert? Ich hatte das mit Linksklick angeklickt. Welches hast du denn gekauft? Äh, Linksklick ist dich halt. Vielleicht hast du auch das Gift Dingens gekauft. Rechtsklick, gut. Antidote, ne? Das kann auch sein, ja. Ich hatte gerade so schön geschockt. Oh, das ist echt hart. Dann dance da ab in der... Weißt du, jedem anderen hätte ich noch irgendwas anderes erzählen können. Nee. Tanzt du da vor und zurück im Haus, ey. Aua! Meine Maus gegen die Tastatur gehauen. Ich wurde fast getötet. Hey, was ziehst du mich an? Pixel. Sorry, Nephi, hab ich dich getroffen. Nils, kannst du noch heilen? Hast du noch Punkte? Nein, kann ich deine Shotgun haben? Ich bin Detective. Komm, gib her. Danke. Kannst du mich heilen? Nein, gib mir deine Shotgun. Ey, das ist meine Leiche. Kontra hat mir aus Versehen in den Rücken geschossen. Moment. Es sind Kundra und Liquid. Pixel hatte bestimmt noch Punkte. Pixel hat dir illegalen Einwanderer aus Syrien. Da, guck mal, DT. Bei Pixels Leiche, wo ist sie? Der hängt an der Wand. Im Auto. Im Auto hier. In Inno, ich hab Pixel erschossen. Ja, du bist Inno. Und was mit Liquid? Liquid hat sich gemacht. Der muss Traitor sein. Warum? Weil du noch lebst. Ja. Ja, bring ihn um. Shit. War aber gut, ey. Du bist echt krass weggeflogen. Vollverpackung, du bist nach oben geflogen. Wollen wir das wiederholen? Ja. Was soll das? Scheiße. Da hab ich... Du hast gefragt, ob man... Ja, ich weiß. Aber keine Leiche, kein Mord. Scheiße. Wie, Leiche ist weg? Leiche ist weg. Scheiße. Man ist tot. Vielleicht bin ich auch im Deadringer. Da wissen wir jetzt nicht, was er war. Er ist Inno gewesen. Keine Punkte bekommen. Ja, ich bin Detektiv. Und? Und es sind sowieso Liquid und Kundran. Haben sie doch am Anfang gesagt. Warte mal, wo es das war. Ach stimmt, weil die sich abgeballert haben. Ja, nein, weil... Ja, genau. Kundran hat mich aus Versehen angeschossen. Komm, wir... Ja, weil er sich danach entschuldigt hat, weil er seine Maus gegen die Tastatur geöffnet hat. Ja, natürlich entschuldigt hat. Ja, das ist ja wohl... Das ist so, wie meine Nase blutet, wenn man einfach... Kundran jetzt hier mit dem Stein... Okay, Kundran, die Steine, weil sie bisher bluten. Alter. Ihr kommt übrigens für den Tipp. Was war denn das für ein lockerer Aufwärmwurf? Ja, war aufgewärmt. Ich hab noch nicht geworfen heute. Was ist der Stein hin? Oh, mal auf dem Dach. Da kommt er. Oh! Das kam vom Detel. Boah, hat er bei mir regnet. Da, es ist Nephi! Das ist das Discombo. Hallo. Einer ist aber trotzdem tot, Leute. Oh, die Waffe ist auf dem Dach gelandet. Und ich glaube, hier in dem Haus. Glaubst du, hier ist irgendwas geflogen? Nee, ist keiner tot. Ja, Julie ist safe, glaube ich. Ich laufe immer nicht hinterher. Wieso ist Julie safe? Weil ich Pixel erschossen hab. Und was hat Julie gemacht? Julie wurde von Pixel angegriffen. Genau. Das passt noch hinten und vorne nicht. Einer ist auf jeden Fall tot. Das tut was nicht. Brennt euch doch besser ab, ey! Und du bist nur sauer, weil ich deinen Traitor-Kollegen erwischt hab. Komm Nephi, hier, lern fliegen! Wer ist die Schöne, der Nephi? Wer ist die Schöne, der Nephi? Wer den ersten Stein hat, ist ohne Schuld! Der Stein ist genauso tödlich wie meine Diege, ey. Wer hat jetzt hier ... Oder diesen Farbeimer? Das warst du, Kunma. Ich hab mal Schott gehabt, das war Julie dir hingeschossen. Au! 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 Ne, ich hab grad nicht geschossen. Ich hab schon wieder angeschossen. Nein, dieses Mal hab ich schon Farbeimer abgekriegt. So, verpiss dich. Da bringst du dir. Den musst du Wolli nehmen! Wo seid ihr denn denn wieder? Kriegt er den Farbeimer ins Gesicht, ey. Ne, wie bist du es? Lauf nur hinten hin und zack, kriegt direkt einen ab. Was? Nicht noch einen Stein. Ich hab dich gerettet, Julie. Wie kannst du das machen? Wer ohne Schuld ist, läuft den Ersten. Leute! Da ist es dann, äh. Ich hab auch einen Schuss geteatigt, ja. Ich muss ganz nah an Goro bleiben. Kunma ist es! Er schießt auf mich! Oh, oh, oh. Wo ist es? Wo, wo, wo? Ihr wisst Bescheid. Dann halt, warte Nephi, was safe? Warte, dann ist es Liquid? Liquid. Fisk. Er klärt mir einmal diese Logik. Weil Kun dran mir in den Rücken schießt, bin ich Traitor. Oh, ein Monster! Was? Botster ist gerade gestorben. Und Nephi steht daneben. Nein, er ist durch ein Zelt gestorben. Oh, okay. Und hier unten ist ein toter DT. Doch. Nephi ist zufälligerweise bei den zwei Leichen. Du bist das zu... Nein. Julie, ich hab dich vorhin gerettet. Ja, ja, jetzt erinner ich mich wieder. Aber wer warst denn dann? Hier oben. Das kann nur Fisk, Fisk oder... Goro. Nee, Liquid ist auch noch da. Ich bin auch noch da, ja jetzt. Ich bin immer noch da. Ist... Kunran? Ist... Liquid. Es ist Liquid, okay. Ah, scheiße! Oh. Oh! Wohohohohoho Wie hat dieses Ding dich... Du hast halt daneben geschossen Du schoßt so mittendrin, Alter hat er sich geheilt alter scheiße gute runde die war gratis bis zum nächsten Mal tschau